Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Rape und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir das komplette Kolosseum auseinandergenommen und Mila hat gesagt, dass ich für irgendwas bereit ist. Aber für was, das sehen wir jetzt. Oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Nein, es ist sie von ihrer Hand auch besessen. Ich würde meine Charaktere lieber aufleveln. Schöpfen wir unsere Gegner für die Finale? Ja, natürlich. Was, wenn du einen süßlichen Schi-Warrior schützieren? Einige, die total von deinem Kind. Was? Warum würde das eine Unterschied machen? Ich bin hier, um zu kämpfen, nicht zu flirtieren. Ja? Ja? Warum? Wir haben gesagt, wir würden uns gewinnen. Haha, fair genug. Anyway, bitte helfen euch. Du musst genug Energie haben, um den Finals zu gewinnen. Huh? Jürgen, wir haben ein Problem. Was ist es? Es ist so, dass das Rockfall kein Verlust war. Sie haben Signale gefunden, dass jemand den Kliff intentionally verletzt hat. Was? Nicht die Essen! Was? Warum? Okay, Alvin, du kannst meinetwegen... Was? Was ist passiert? Ich weiß, dass du diesen Schi-Warrior verletzt hast. Ich weiß, dass ich das. Ja. Es gibt keine Verlust. Es ist Metasenia. Ein Schi-Warrior, das in Lüquid verletzt wird. Du bist wirklich? Warum würde jemanden das tun? Wir machen das. Wir wollen unsere Gegensatz nicht so schlechtes. Nein, es war nicht sie. Nur ein Grupp würde mit solchen bischen Wissen nutzen. Alvin, warte! Was passiert? Was passiert? Things sind so gut, warum ist das so passiert? Mela, wissen Sie etwas? was ist hier los weil sie sind echt gestorben dadurch ja, das bedeutet doch, wir haben gewonnen ähm, Maxwell hallo halt mal diese eigenen komischen Typen ja, dann gehört bestimmt alles genau dazu ja, das ist toll Ich fühle mich so wie eine Fülle. Das ist alles für mich. Natürlich ist es. Ich habe mich mit diesen Fällen auf meine eigene Beziehung, während die Menschen bleiben unabhängig. Mila hat sich das ganze Zeit kämpft? Ja. Sie hat sich mit sich selbst kämpft. Für den Welt. Für uns. Was? Was? Na, so haben wir gewonnen. Wenn die ganzen Teilnehmer da gegessen haben. Oh, krass. Die alle gestorben sind dadurch. Denkst du nicht, dass wir das Tournament anbieten sollten? Ich glaube auch so. Du bist wahrscheinlich richtig. Wir sind alle verabschiedet. Lass uns den Tag für den Tag und das wiederholen. Ja. Das klingt wie eine gute Idee. Vielen Dank. Nichts. Wo hätte Mila gehen können? Ichucke von einem der Mitarbeiter, dass sie die Stadt selbst alleine in der Nacht ist. Ich schaufe, dass sie etwas gefährliches. Ich meine, nicht nach dem, was sie uns gestern gesagt hat. Ich hoffe, dass sie okay sind. Ja, ich auch bin. also gut dann da wenn wir erst mal die charakter auch schon ganz alt warte ja nach du bist immer noch hier ja blöd ich würde sagen bewegung hat er schon erst mal richtig im letzten stärke wollte ich glaube ich als nächstes machen wo stärke hier fp gott stärke 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 rf peter schon mal gut so sie hat hier schon angefangen und sie kann expandieren geil warum wird jetzt hier aussieht ich hoffe auf ein paar im bar fähigkeiten in der sprung bindel seine kraft einen stoß der die gegner in die luft schreibt gefällt von einem rückwärtsschritt okay den müssen wir machen kein ding rollen du hast glaube ich schon ist das ding hier letzte dingen gesichtlichkeit intelligenz muss intelligenz hier ja p und kp ist natürlich wichtig und außer schutz nähe das habe ich für sie war ich hier bei geschicklichkeit wie zu hause verdammt na wohl was kann es hier alles lernen sollte man gucken weil er alles lernen kann und lass mich raten wie das jetzt bestimmt abgauen typo gewollt weil sie sich schuldig führt uns damit hineingezogen zu haben und so weiter und so fort hat kennt man doch zauberer 2 sie wollen wir die jetzt hat um fahrts und bei geil keine etappe auch cool aber wenn man da noch stärken kann dann ist ja noch besser kina 2 und leia du hast auch guckt euch mal die ganzen modden schmetterlinge was weiß ich an er sagt nicht alles hat genau gleich glück zum weg sehen und kaufe nicht wie geil ist das denn luftsprung freier schutz ja einige sachen sind immer gleich geisteslauf beim verein laufen werden tp langsam wie geil ist das denn gut nachher neues gericht reinballern ja dann suchen wir mal mila suche mir danke ich würde bei den biebern mal suchen und elvin ganz nebenbei wer ist das überhaupt Oh nein, Elises Mutter. Dieser Schrank ist ihr Vater. Wir wollen mal wetten. Ich möchte ja nur mal wieder fragen, wo ist Elvin? Mann. Suche Mila. Ich gehe mal zu den Videos an. Ich habe irgendetwas für die Star. Aber da ist auch schon richtig. Stimmt, wir hätten auch wieder sehen können, was in ihrer Sicht passiert ist. Du meinst wie bei den anderen letzten zehn Malen? Ich gehe mal zu sagen. Ich gehe mal zu sagen. Um, ich denke, dass Isla vielleicht etwas über mich weiß. Warum sagst du das? Sie hat eine lange Zeit gesehen, und sie war wie ein Geist. Sie hat sich ausgedrückt, wie sie alle Angst haben von uns und so. Ich verstehe. was ist das in zwei tagen es ist es 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 Wir müssen weitergehen, selbst wenn der Weg nicht sicher ist. Ah, ich glaube so. Danke. Wie wusste du, dass wir Tournament-Fighters waren? Warum würde du sonst hier sein? Outsiders sind entweder Kombatanten oder Spektator, wenn es Tournament-Turm. Das ist einfach ein kommentarer hier. Warum hast du das gefragt? Entschuldigung, etwas nur in meinem Kopf klickte. Lasst uns zur Arena. Tippe. Und Mila. Ja, wir waren hier bei Stärke. Und hier. Ach, die FP, die kann ich auf Screen verteilen. Also, die Skills. Stärke. Dann würde ich sagen, das war es schon wieder für diesen Park. Wohl, das könnte ich auch noch verteilen. Boah. Illusionsangriff. So teuer. Na ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und Tschüss.